Die Winterliche Umgebung Beschaulich, die winterliche Umgebung von Weingarten. Doch mit der Fasnet wird die Ruhe gebrochen. Weingarten am gompigen Donnerstag. Die fünfte Jahreszeit geht langsam dem Höhepunkt entgegen. In der Stadtmitte laufen die Narren auf. Der Plan, dass Rathausstürmen den Oberbürgermeister Markus Ewald absetzen. Die Narren wollen das Regiment übernehmen. Bevor dies geschieht, gibt der Oberbürgermeister einen Star-Auftritt. Als Manfred Mann. Seine Earthband bilden übrige Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Der Auftritt ein Hinweis auf das Open-Air-Konzert im Juli. Weingarten erwartet Manfred Mann, Smokey und die Rattles. Trotz blendender Performance wird das Rathaus schließlich an die Narren übergeben. Die Fasnet in Weingarten ist authentisch und versetzt die Stadt in Ausnahmezustand. Alle sind auf den Beinen. Groß und klein. Der Kinderumzug auf dem Münsterplatz. Hier wird der Narrenbaum aufgestellt. Eine Arbeit für die Zimmerleute. Über 20 Meter misst der Baum in diesem Jahr. Am Ende tanzen die Narren um den Fasnetzbaum herum. Ab jetzt wird in Weingarten gefeiert. Bis zum Aschermittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017